Ohrzapft ist mein Guter. Ohrzapft ist. So geht Revolution. Die Bäuche satt und voll. Die Hirne voll gesoffen. Und alle haben noch mehr als genug. So geht Revolution. Verstehst du? Da stimmen unsere Bilder auch nicht überein. Gleich in der Franks Freiheit. Wir beginnen in Kluis. Septembermorgen. Im Nebel ruhrt noch die Welt. Noch träumen Wald und Wiesen. Bald siehst du, wenn der Schleier fällt, den blauen Himmel unverstellt. Herbst kräftig die gedämpfte Welt in warmen Golde fließen. Das ist von Eduard Mörwicker. 1804 bis 1875 lebte der. Ein deutscher Lyriker. Ich verbildere ihn immer damit, dass er unter einem Baum liegt. So hat er sich auch selbst gerne dargestellt. In den Himmel blickt und Reime ersinnt. Nach der Anknüpfung sucht. Herzlich willkommen, mein Lieber, meine Liebes. Freut mich, dass du wieder mal dabei bist bei einer Franks Freiheit. Wieder einmal und endlich machen wir mal, denke ich, eine Alltags- und eine Krisenbegleitung. Ja. Ich möchte das Motto heute so in die Richtung Ort zapft ist. Oktoberfest stellen. Denn wie ich in dem Trailer, den ich wahrscheinlich da vorstelle, noch sagte, so geht Revolution. Wir haben vollkommen falsche Bilder im Kopf. Es ist wie mit Krieg. Wir haben Bilder von Krieg im Kopf, die nicht korrespondieren mit dem, wie Krieg auch ausgeübt werden kann. Nämlich jetzt und hier, während das Dorf hier Kopf steht und die Leute feiern. Und so haben wir auch falsche Bilder von Revolutionen im Kopf und von Wendezeiten netter gesagt. Denn auch da sind wir mitten darin in einer Revolution. Und die Revolution, die funktioniert mit vollen Märken, mit Singen und mit Tanzen. Und sie hat etwas Pervertiertes dadurch. Weißt du, Revolutionen, die sagen wir mal mit Schüssen, mit Aggressionen, mit Gewalt daherkommt, die versteht man. Aber Revolutionen, die wie ein Fest gefeiert wird, das hat etwas wirklich Apokalyptisches. Und doch findet sie statt. Wenn die Menschen so unwissend sind, beziehungsweise sagen wir es doch mal, wie es ist, wenn man sie über drei Jahre und über zäh gegen alle Fakten, die klar auf dem Tisch lagen, nur mit Wiederholungen, demütigen, bevormunden, ihnen ins Gesicht spucken konnte, sie entwürdigt hat, ihnen nur noch Vorschriften gemacht hat, ihnen ein Verständnis eingebläut hat von Vergiss die alten Zeiten von Mitsprache und Demokratie. Wir sagen dir jetzt, wie es in Zukunft läuft. Dann muss man sagen, sind sie wie große Kinder, wenn sie danach ins Vergessen geraten und einfach nur noch leben und lachen wollen. Und mich beschleicht so ein Gedanke, so lief es wahrscheinlich schon Jahrzehnte und immer. Man kann ihnen alles antun, solange die Mehrheit es erträgt, weitermacht, wegsieht, nichts von wissen will, Schwamm drüber Mentalität hat, nicht aufrechnet, nicht auf den Grund der Dinge kommen möchte. Was ist passiert hier? Wir müssen das Unrecht bearbeiten. Wir müssen aufarbeiten. Wir müssen darüber reden, ob es fahrlässige Körperverletzungen gab, ob es vorsätzliche Körperverletzungen gab. Wir müssen gucken, ob die von Staatsstellen angeordnet wurde und wir müssen die Täter zur Rechenschaft ziehen. Solange nicht klar Schiff gemacht wird, solange nicht aufgearbeitet wird, solange man nicht diskutiert darüber, dass die Menschen zu Genexperimenten gezwungen worden sind, kann ich hier nicht wieder von einer Demokratie ausgehen. Solange Menschen ausgegrenzt, diffamiert worden sind, kann ich nicht wieder so tun, als wäre alles normal. Bau mir ein Wimmelbild. Das ist kein Revanchismus, was ich hier tue. Es ist seit drei Jahren, das ist die grundlegende Erkenntnis. Es hat sich seit drei Jahren etwas offenbart hier, dass in der Struktur, in der Grundlegend etwas nicht stimmt. Und das kannst du nicht einfach überleben und weitermachen. Und ich bin gerade so angetriggert, verzeih es mir, weil hier, ich mache auch mal ein bisschen rüber, weil hier im Dorf ist halt fest, ne, ja, und alle ziehen sich die Köppe zu. Ja, früher hat es gesagt, mit sowas kann man ja kein Krieg gewinnen, gell. Und jetzt weißt du, warum die Großeltern es gesagt haben, die hatten recht. Und es ist egal, ob der Krieg in der Ukraine gerade ist, ob er mit Waffen, Gewalt ausgetragen wird, oder ob er subtil als Hybriderkrieg daherkommt und ein Volk singend, tanzend und naiv, blödsinnig und blauäugig vernichtet wird. So, einmal abregen. In die Richtung geht auch der Edward Snowden, den möchte ich kurz nochmal rezitieren, der sagte, das ganze System beruht auf der Idee, dass man der Mehrheit alles einreden kann, solange man es laut und oft wiederholt. Und es funktioniert. Und das ist der Punkt. Genau das offenbarte sich apokalyptisch auch in den letzten drei Jahren, haben wir gesehen, als nicht mehr Fakten entscheidungsrelevant waren, sondern tatsächlich Wiederholung, die Lautstärke dessen, der es sagt, und tatsächlich der Anordnungscharakter. Du hast das jetzt zu tun, zieh die Maske auf, halt's Maul. Jetzt kannst du sagen, der Köstler hier sitzt mitten im Dorf, wo die Leute feiern, fröhlich sind, gute Laune haben und ist immer noch dann von mir aus verbittert und macht miese Laune. Kannst du so sehen, ich bin aber gar nicht verbittert und miese Laune habe ich auch nicht. Ich bin nur nicht bereit, mich so verarschen zu lassen. Da habe ich nicht so einen Bock drauf. Okay. Es ist quasi eine postfaktische Welt. Fakten zählen nicht mehr. Es zählt das, was politisch korrekt ist. Es zählt das, was man sagen darf. Es zählt das, was der Denkrahmen ist. Und da haben wir uns mehrheitlich alle bereits drauf eingelassen. Dass wir nur noch sagen, was gehört werden darf. Ja, könnte ich mich aufregen. Wo leben wir dann? Im besten Deutschland aller Zeiten. So, selbst Robbie Williams ist auf den Trichter gekommen. Sagt er, wir leben in einer Post-Truth-Welt. Also in einer Welt quasi, die die Wahrheit hinter sich gelassen hat. Ja. Ja, okay. Also, eigentlich wollte ich ja damit anfangen, dass wir, wenn wir endlich mal wieder eine Franks Freiheit machen, mit dem Kanal, bin ich auch immer am basteln. Weißt du, so viele Perlen sind über fast jetzt 400 Videos. Ich kann es nicht glauben. Ich habe mich ja nur, weil ich mich aufgeregt habe, hier vor die Kamera gesetzt. Ja, und guck jetzt hier. Drei Jahre später reg ich mich immer noch auf. Also, was wollte ich jetzt sagen, weiß ich nicht. Also gut. Fangen wir an. Ein paar Sachen, wollte ich in eigener Sache loswerden hier. Wenn wir wieder mal eine Franks Freiheit machen. Genau, weil mit dem Kanal 400 Videos, da sind mittlerweile so viele echt Perlen versteckt in den Franks Freiheiten drin. Wo ich mich schon ein bisschen ärgere über meine Formate. Die Franks Freiheiten haben sehr viele, wirklich sehr gute Inhalte. Wo andere Profi-Youtuber dann 10 Videos draus machen. geframed, ganz klar. Dann weiß auch jeder, gibt auch Klicks dann. Weiß auch jeder, was drin ist. Du hast einen klaren Titel, ein klares Titelbild. Und dann geht das Video auch nur 5 bis 15 Minuten. Und genau ein Thema wird halt dann professionell abgearbeitet. ist mir nicht so gelungen. Wir haben dann halt in der Krisenbearbeitung oder Begleitung, in der Alltagsbegleitung, mehr auf das Menschliche gesetzt. Haben viele Themen, die gerade angelegen haben, immer behandelt. Das ist auch, ich möchte sagen, das Herz des Kanals. Und doch ärgert mich, dass man vieles, was wertvoll war, auch heute ich nicht mehr finde. Keine Chance. Ist irgendwo bei 400 Videos versteckt. So, und dann auch, wenn ich sage, Herz des Kanals, war im Grunde immer die Franks Freiheit. Und die ist ein Stück weit zu kurz gekommen, habe ich das Gefühl, weil ich mich immer den Dingen, den Strömungen hingebe, was ich meine, was gesagt werden will. Auch das ist natürlich jetzt, weißt du, das ist dann kein schlaues Kanalkonzept oder sonst irgendwas. Der Frank macht einfach immer das, was er denkt, was Rückenwind hat. So treffe ich viele Leute mit tollen Gesprächen oder Schicksalen oder Dinge, die es wert sind, was gesagt zu werden. Dann haben wir in der Woche einen Regeltermin in der Regellage. Und dann ist ruckzuck, ist eine Woche, sind zwei Wochen rum und man hat keine Franks Freiheit gemacht. Und dann, andererseits ist auch meine Zeit, ich verbringe jetzt schon viel zu viel Zeit da, mit Videos aufzunehmen, Gespräche zu vereinbaren, abzuhalten, zu schneiden, mit dem Ton, mit dem Bild zu optimieren, auf die Plattform hochzuladen. Da gehen Stunden rein, wie Sau. Und es bleibt ein Kanal, ich bleibe dabei, ich werde diesen Kanal nicht monetarisieren. Ich werde auch nicht mit YouTube zusammenarbeiten, dass du dann vor deinem Rechner, wenn du hier meine Franks Freiheit gucken willst, alle fünf Minuten eine scheiß Werbung bekommst von irgendwas. Wobei es mich schon mal interessieren würde, wer mit mir Schmuddelkind da Werbung hat. Ich glaube, da ist YouTube einfach restriktiv, die hauen da irgendeine Werbung zwischen. Ich werde diesen Kanal nicht monetisieren und es wird hier auch keine Werbung geben. Und ich freue mich, wenn ab und an Leute auch das wertschätzen und auch mal sagen, okay, geil, mir ist es das wert. Ich habe hier schon die ein oder andere Erkenntnis rausgezogen oder der Typ hat mir geholfen in schweren Zeiten, sonst irgendwas. Und ich zeige mich da erkenntlich, freue ich mich. Bleibt nach wie vor natürlich vollkommene Wahlfreiheit. So, wir sind unter dem Shadowbanning. Das heißt, da möchte ich dich jetzt tatsächlich auch mal ein bisschen am Ohr ziehen. Du darfst meine Videos auch mal teilen. Es ist schwierig, man kommt kaum aus den Blasen raus. Wir haben ein Blasenmanagement in dieser virtuellen Welt. Und wir haben auch da einen Krieg, der geführt wird. Ich möchte sagen, gegen unbequeme Videoproduzenten. Ich denke nicht, dass das eingebildet ist. Und dieser Krieg wird geführt über Klickzahlen. Er wird geführt über die Abonnements. Ich habe schon einmal gesagt, die Abonnements, jetzt zum Beispiel auf Telegram, gehen fast linear nach unten. Immer hüppen, jeden Tag so zehn Stück runter. Währenddessen die Klickzahlen hochgehen. Und das ist merkwürdig. Das war auch sonst nicht so. So, da ist, ja, normalerweise hast du etwas ansteigend gehabt oder abfallend. Wenn etwas abfällt, wenn die Abonnements abfallen, gehen in der Regel im Mittel auch die Klickzahlen der Videos runter. Dann weißt du, das ist echt. Gehen die Abonnements runter und die Klickzahlen hoch, stimmt da was nicht. Ja, und das ist bei uns der Fall. Aber das ist auch eine Art der psychologischen, sagen wir mal, Kriegsführung, die da geführt wird mit unliebsamen Produzenten. Ja, doch, Produzenten. Okay. Okay. Nichtsdestotrotz, du hast es vielleicht auch gemerkt, bin ich hingegangen. Wir sind jetzt dabei, kurz nochmal über den Kanal zu reden. Den Kanal auf Telegram, was ja ursprünglich nur zur Sicherung gedacht war, als Hauptort mittlerweile zu legen. Ich lade auch noch hoch in Odyssee und in YouTube. YouTube hat es allerdings bei mir ein bisschen, ja, sagen wir mal, verschissen, weil sie zu oft mittlerweile zensiert haben, ja. Zu oft hat, wenn man Unliebsames gesagt hat, wird das Video weggewischt. Bis heute Sachen, ja, wo ich sage, was soll das, ja. Und trotz Einrede blieb es dann, wir waren hier niemals respektlos, ja, etc. Gut. Also Telegram ist der Hauptstützpunkt und das merkst du vielleicht auch daran, dass, wenn du dieses Video jetzt in YouTube guckst, dir Inhalte verloren gehen. Also daran merkst du nicht. Telegram habe ich angefangen, auch Kurzsprachnachrichten quer zu schalten oder den ein oder anderen Bildinhalt noch mit reinzugeben, ja. Und da möchte ich dich auch fragen und um Rückantwort bitten, wie die Kurznachrichten, ja, die ich jetzt neu eingeführt habe, ich glaube, wir haben jetzt 12 oder 13 Stück, wie die ankommen, ob dir das gefällt oder nicht, da könntest du mal mir Nachricht geben, wenn du das möchtest. Okay, gut. Dann hatte ich mir zwischenzeitlich auch schon Gedanken gemacht, ob ich Schminkvideos mache oder Haarpflege, für Haarpflegeprodukte oder sowas. Oder es offenbart ein Stück weit auch wieder unsere Gesellschaft, ne. Wenn du heute über irgendwelche Produkte was erzählst oder Haushaltsvideos machst oder eben Schminkvideos oder Modevideos oder, oder hast du sehr schnell auch mal ein paar hunderttausend Views. Und das lässt in mir, ja, schon eine Tristesse zurück. Warum sitzt man eigentlich hier vor und erzählt etwas? Und dann muss ich mich immer daran zurückerinnern, ja, warum es denn so war. Es war dafür in der C-Zeit, dass diejenigen, die die Minderheit waren und wie sich jetzt herausstellt, zu Recht, die gesagt haben, nö, ich lass mich nicht impfen, nö, ich möchte jetzt keine Maske aufziehen, nö, ich finde diese Maßnahmen sind das allerletzte, ja, sind unmenschlich, sind sonst irgendetwas. Die, die dann von allen verlacht, verhöhnt, versonst was würden, ja, hatten Recht. Und es kommt jetzt so nach und nach raus, ja, gehen wir noch drauf ein. Und dafür habe ich ursprünglich den Kanal gemacht, damit die Leute Mut haben, damit sie ihren Mut nicht verlieren, damit sie eine Plattform haben, wo sie die Argumente hören, die sie selbst denken. Ah, guck mal, hier spricht einer das aus, was ich auch denke. Sie waren oft vereinzelt, alleine im Büro, alleine in der Familie, alleine unter Kollegen, allein unter dem alten Freundeskreis und würden massiv angegangen, du vielleicht auch, massiv zur Rede gestellt und so weiter. Dafür habe ich den Kanal ja damals, und daran muss ich mich dann erinnern, es war niemals gedacht als Mehrheit, so der Massenkanal, weil die Mehrheit oder Masse ganz einfach irgendwann das hingetrabt ist, ja. Daran muss ich mich dann immer auch mal erinnern, mein Lieber, meine Lieber. Okay, drei, vier Gedanken möchte ich nochmal zum letzten Zusammensein loswerden. Du weißt, wir hatten im kleinen Rahmen in Kirchheim, hatten wir zusammen mit Lukas, Susanne, der Peter Denk war noch da, ein Wochenende abgehalten im kleinen Rahmen, alles, keine großen Bühnen, kein großes Heckmeck, keine festen Eintrittspreise, alles auf freiwilliger Basis, keine Webseiten, Landingpages, Werbung, Kostenkalkulation, große Bühnen, Marketing, Scheiß, Umlagerung, Verrechnung, sondern einfach, ich bin da in Vorlage gegangen, habe mich im Grunde darauf verlassen, dass es schon gut geht und es war jetzt so dann, dass man den Raum bezahlen konnte, man konnte die Redner bezahlen, ihnen etwas geben, zumindest eine Anerkennung geben und wir hatten alles in allem, hatten wir nachher eine grüne Null. Die Rückmeldungen von den Leuten waren äußerst gut, das hat mich wahnsinnig gefreut, das hast du auch an dem Wochenende in der Stimmung gemerkt, ich hatte halt auch eine Vision, wo ich hin möchte, wie sich das anfühlen soll, dieses Wochenende, was da an Inhalten sein soll und es kam, es war auch 100% so und ich hatte zum ersten Mal wieder den Gedanken jetzt nach diesen Großveranstaltungen, die ja nach C so rausgesprossen sind, ja, ich will jetzt die Namen nicht benennen, dass wir auf einem falschen Weg da sind, dass einfach, dass ein gefährlicher Kurs ist, man reitet nicht nur die Themen tot, sondern man geht auch in diese Marketing und, ja, sagen wir es mal Knüppel, Kapitalismus-Schienen rein dann, die mir so nicht gefallen. Ich hatte den Eindruck, es wird totgeritten, ja, man reitet den Gaul tot, den man da als schöne Beförderungsmöglichkeit sah. Jetzt mit diesem Treffen hatte ich den Eindruck, wir sind zurück, das ist wahrhaftig, das ist echt und alle haben dann etwas davon, so können wir weitermachen und damit sage ich jetzt auch schon, wird es ein neues Zusammensein geben, ein Zusammensein 2, mal schauen, wann wir es reinplanen, aber jetzt noch nicht, ich denke frühestens im Winter des nächsten Jahres dann, mal schauen, frühestens. Was ich aber hier offeriere und das mache ich jetzt auch schon, ich werde, ich arbeite momentan sehr, sehr viel an einem neuen Vortrag, der mir ja quasi zugeflogen kommt, wieder einmal Deutsche Seele 4 ist es im Grunde, es wird hochspannend, es ist hochspannend, der ist so gut wie fertig. Am 10.11. werde ich den in Kirschheim halten. Nach diesem Video werde ich auch dir einen Link zu Eventbrite rübergeben, wo du dich anmelden kannst, wieder kostenlos auf Basis einer freiwilligen Spende, genauso wie wir es beim Zusammensein gemacht haben. Wir werden am 10.11. ist ein Freitag um 19 Uhr beginnen. Der Vortrag wird sich mit untergegangenen Kulturen und alten Resets befassen. Ich nenne ihn die Entheilung der alten Welt, denn wir werden uns damit befassen, wo in der Vergangenheit Resets bereits waren, hier in Zentraleuropa und es lässt sich mittlerweile nachweisen, über mehrere Persönlichkeiten, ob das der mag, und du wirst mit den Ohren schlackern, ich verspreche es dir. Wenn du hörst, was ein Karl Marx zum Beispiel mal über das Christentum sagte und über den Bruch im 19. Jahrhundert, mit dem Steine hatte ich auch schon angefangen und da sind noch mehrere. Du wirst sehen, wir hatten im 19. Jahrhundert, hatten wir einen Bruch hin vom, weg vom deutschen Idealismus, diejenigen, die deutsche Seele 1 bis 3 kennen, kennen diese Grundgedanken schon. Hin zum Materialismus, das, was heute jetzt hier scheinbar normal ist, Mensch als Tier und so weiter, machen wir alles oder haben wir schon gemacht. Das wird allerdings ausgeweitet, denn es gibt auf der Welt noch ein paar mehr Dinge, die Resets unterzogen worden sind und da werde ich auch als kleine Kostprobe in den nächsten Tagen irgendwann einen Gesprächsausschnitt oder einen Vortragsausschnitt mal hochladen. Entheilung der alten Welt, wo wir uns das am Beispiel von Afrika und alten Remote Viewing Ergebnissen von mir, die ich belegen kann, mal untersuchen und dann wirst du sehen, verdammt nochmal, hier auf diesem Planeten geschehen vor alle Augen, die allergrößten Unglaublichkeiten. Ja, soviel dazu. Also, das habe ich hiermit jetzt angekündigt. 10.11.19 Uhr halte ich die Premiere von meinem Vortrag. Entheilung der alten Welt. Ich terminiere dann ungefähr, 7 Uhr fange ich an, ungefähr auf drei Stunden, dreieinhalb Stunden, ja, sodass die Leute heimfahren können, die so, sagen wir mal, 1-2 Stunden entfernt von Kirchheim leben und diejenigen auch übernachten wollen, die sagen, ach komm, ich frühstücke nochmal mit dem Frank morgens da, ich werde über Nacht bleiben, denke ich mir, ja. Ich frühstücke nochmal mit dem oder ich trinke abends nochmal einen Tee, wir sind ja im Ashram, ja, weißt du da Bescheid. Ich tue den Link unter das Video und ich gebe ihn dann auch, zumindest im Telegram-Kanal nochmal einzeln rein, da kannst du dich dann einregistrieren. Es läuft nur so, bitte seht von E-Mails und so weiter ab. Ich weiß, das war jetzt viel in eigener Sache, das kommt halt auch immer zusammen, wenn man dann nur alle x Wochen eine Franks Freiheit macht, sonst wäre es immer mit einem Satz angesprochen, bitte verzeih, wir gehen weiter in die Themen rein jetzt. Was machen wir dann immer, du weißt es, Lage und Energien. Ähm, ja. Ich möchte es mal so nennen. Wir haben einmal diese Festtagsstimmung, ja, da waren wir schon in den Energien drin, diese aufgesetzte oder eingesoffene Fröhlichkeit und wir sind im Grunde schon bei diesem Ort Zapft ist, ja, habe ich dir die Preise eigentlich vom Münchner Oktoberfest vorgelesen? Ach, hinter diesem Ort Zapft ist, sind wir hinter einem dahinter, ja, auch wieder bei der Gauss-Kurve, hinter der Bergspitze. Na, frage ich mich, gucken wir mal da rein, warum sind wir dahinter? Und da habe ich mir hier auf meinem Skript aufgeschrieben, weil alles bereits getan ist. Schau, alles ist getan, dass die Wirtschaft nun so viele Torpedotreffer drin hat, dass sie untergeht. Alles ist getan in den drei letzten Jahren, dass sehr viele Leute nun Teil eines Experimentes geworden sind. Die Pisse ist innen drin. Es ist alles getan. Wir sind dahinter. Man kann jetzt also beginnen, nach faulen Kompromissen zu suchen. Man kann jetzt damit beginnen, einen neuen gesellschaftlichen Kontext zu finden, wo man sagt, jetzt, ich hatte bislang, ähm, Jetzt habe ich schon den Faden verloren. Scheiße. Genau, ich war bis, genau, ja, ganz wichtig, Grundalgorithmus. Ich war bislang in einem Abbau hier drin. Wir haben abgebaut, wir haben jetzt unter Umständen die Population abgebaut. Zumindest der Club of Rome hat kein Problem mehr mit einer Überbevölkerung weltweit. Der hat um, wir haben es öfter schon gesagt, umgeschwenkt auf Bildung ist jetzt das neue globale Problem. Und wir haben erfolgreich abgebaut in der Wirtschaft. Es läuft alles auf einem Trend. Und wir können nun langsam, um in einen neuen Trend hereinzukommen, nicht anfangen aufzubauen. Da sind wir noch lange nicht. Nein, 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 nein. Aber wir können diese Talsohle, die da jetzt bald kommt, die bald kommt, ja, wo alles in die Wege geleitet ist, wie fallende Dominosteine, ja. Aber da können wir nun anfangen, neue Aspekte ins System hereinzugeben, neue Diskussionen. Jetzt zum Beispiel, wenn überall zensiert wird, wie die Sau, wo die Digitalisierung weiter vorangetrieben wird, da können wir jetzt mit zwei, drei Jahren Abstand mal darüber reden, ob Grundrechte in der C-Zeit verletzt worden sind. Verstehst du? Da sind wir nämlich auch dahinter. Und man kann rückblickend, kann man dann immer sehr billig Leute wieder Recht geben. Nicht vor Gericht, die Prozesse laufen weiter. Aber politisch können wir ihnen vielleicht Recht geben. Wir können sie sozusagen öffentlich so ein bisschen teilrehabilitieren, wie ich sage, faule Kompromisse. Kommen wir noch drauf. Ich möchte dich, wenn du denkst, wir sind bereits, wenn du dieses Dahinter so missinterpretierst, dass du sagst, wir wären jetzt hinter der Talkurve, muss ich dich enttäuschen, wir sind noch vor dem Reset, ja. Dann sagst du, Frank, wie lange sollen das noch dauern? Lege ich dir hier mit wärmstens zwei Videos ans Herz. Das eine ist die Franks Freiheit 75, ja, am 18.09.20 hochgeladen. Haben bisher lächerliche 4.000 Leute gesehen. Da spricht, das ist ein Buch auseinandernehmen von dem Herrn Friedman, der spricht über das schmerzhafte Jahrzehnt. Das sind die Pläne derer, wie sie sich gedacht haben, wie man über die nächste, das wurde 2020 kam das raus, wie man bis 2030 hier das Leben gestaltet. Wenn du heute, weißt du, und das war damals, als ich darüber gesprochen habe, wenn du heute hörst 2030, ah ja, Agenda 2030, logisch. Das war aber damals alles noch überhaupt nicht raus. Hör dir dieses Video an, schau es dir an. Es ist hochinteressant, wie der Herr Friedman, ja, Think Tank Chef von Global Affairs, oder was es da ist, sich dieses Jahrzehnt vorgestellt hat. Und wenn der sagt, das schmerzhafte Jahrzehnt, hast du einige Einblicke schon, was da gedacht ist. So, guck dir das an. Und ich sag dir jetzt auch schon, wenn du antizyklisch bist und vielleicht 20, 30 Jahre alt bist, setz Kinder in die Welt. Das ist nämlich die frohe Botschaft dabei. Ja, die haben nicht das Problem, was uns jetzt auf die Füße fällt, dass die Generation der Babyboomer in Rente geht, also wer es schafft bis dahin. Ja, die haben, die Babyboomer haben im Grunde überall konkurriert. In der Schule, um Arbeitsplätze, um Lehrstellen und jetzt um die Rente auch, ja, um Ressourcen. Gut, ich gehe jetzt da nicht tiefer rein, wir haben das viel getan. Schau auf dem Kanal, da gibt es auch lila-grüne Videos oder lila-rote Videos über Deutschland. Du findest all diese wertvollen Informationen ohne Kosten, ohne alles in der Geopolitik oder in den Evergreens drin. Videos, für die, die neu im Kanal sind, mit grünem Rand, sind zeitlos, kannst du immer gucken. Es gibt eine, sind auch meistens thematisch dann, rote und lila Videos, sind ganz wertvolle Informationen drin. Also Franks Freiheit 75 und dann am 10.04.21 hochgeladen, also vor auch schon wieder zwei Jahren. Deutschland in 25 Jahren. Kannst du dir auch mal reinziehen. Und da wirst du ganz viele Dinge erkennen, die jetzt relevant sind oder die in naher Zukunft relevant sind oder die sich zwischenzeitlich in diesen zwei Jahren herauskristallisiert haben. Ich lege es dir ans Herz, diese Videos sind nicht überaltert. Mir blutet manchmal ein bisschen das Herz, wie wenig Leute das gesehen haben, was da so wichtig Dinge in einen Kontext stellt, wo der Rahmen gesagt wurde vor zwei und drei Jahren. Und heute kommen dann die Meldungen rein, geostrategisch mit Polen, sonst irgendwas. Und du kannst sie da einfach dann nur reintun und kannst sagen, ja, bitte. Da laufen Pläne im Hintergrund ab. Okay, also. Deutschland in 25 Jahren. Ich glaube, das ist die Geostrategie 5, glaube ich, war das. Oder aber Franksfreiheit 75, das schmerzhafte Jahrzehnt. Da wird genau alles gesagt, was jetzt hier abgeht. So. Wenn ich gut gelaunt bin, suche ich sie auch nochmal raus und tue sie dann wenigstens in Telegram reinstellen. Ja. Gut. Und damit, wir sind ja im Grunde bei den Energien. Hast du so ein bisschen etwas wie, ich habe es mal genannt, das Erwachen nach dem Sonnen. Kennst du das am Strand? Wenn du aufwachst, manchmal hast du einen Sonnenbrand. Auf der einen Seite bist du gebräunt, auf der anderen bist du noch weiß. Oftmals hast du Durst, hast du einen Geschmack im Mund, wie ein Gaul im Arsch. Ja, ein paar Stunden gesund. Und das Erwachen nach dem Sonnen. Man fühlt sich meistens gut. Manchmal hat man einen dicken Kopf wie ein Kater, wie der Morgen danach, ja. Nach dem Saufen, sage ich jetzt, ja. Erwachen nach dem Sonnen. Das ist in etwa das, was dem Kollektiv gerade bevorsteht. Denn die Einschläge kommen jetzt so deutlich nahe, dass ein jeder es bemerkt. Auch die Leute, die zwanghaft in ihrer Blase bleiben wollten, kriegen es nun vor den Arsch getragen. Allerdings, mein Lieber, bei diesem Aufwecken, was einigermaßen unsanft ist, achtet man darauf, dass ein Prozess von einem kontrollierten, verhaltenem und verwaltetem Aufwachen und ansprechend von Themen beachtet wird. Und man schaut darauf, dass man so wie ein guter Schäfer mit drei, vier Schäferhunden, dass die Herde, die gerade unruhig wird, dass die in eine Richtung gelenkt wird bei ihrem Aufwachprozess. Diese Richtung, die da vorgedacht wird, jetzt gucken wir schon wieder zwei Jahre nach vorne, die da vorgedacht wird, mündet da rein, dass man die Wählerschaft in bestimmte Richtungen herein. Nudged, ja, ist ja Nudging. Ne, Nudging ist ja, ja doch, doch, man quält sie rein, ja doch, doch, doch. Über Schmerz kommt man in diese Richtung, wo man sie haben möchte. Doch, Nudging passt, Nudging passt. Ich möchte da jetzt nicht zu tagesaktuell und zu benennend werden, weil in diesen Bereichen ja der Krieg tobt. Und wenn du da was Falsches sagst, ist ruckzuck dann immer gleich alles kaputt. Aber ich kann dir sagen, Aufwachen nach dem Sonnen, die Leute werden wach, sie kriegen die Themen vor den Arsch getragen, sie merken, das ist alles nicht sauber. Hier gibt es Probleme, die verschwiegen werden, die Politik sagt nicht die Wahrheit, man, die Bevormundung erreicht, irrationale, bekloppte Niveaus. Die Politiker verspielen jedes Renommee. Und man müsste dann nur Leute in Szene setzen, von denen man dann annimmt oder glaubt, dass die das Schiff wieder steuern können. Und wenn die dann gesteuert werden von denselben, die vorher abgetragen und abgebaut haben, dann sind wir im Aufbau. Und das ist etwas, wo ich seit zwei, drei Jahren zu dir sage, ich warte, die, die länger hier dabei sind, wissen es, ich warte auf den Augenblick, wo umgestellt wird und wo dann ein Aufbau mit neuen Köpfen beginnt. Und dann, glaube ich, Tendenz bisher auch hier weiterhin so, seit Jahren so, dass dieser Kanal wieder außen vor sein wird. Weil ich sage, nee, das ist jetzt Brot und Spiele fürs Volk und jetzt geht es auch allen wieder besser, aber es hat mit Freiheit oder Rechtschaffenheit oder Wahrhaftigkeit nichts zu tun. Gut, sehen wir aber dann. Und dann gucken wir uns die Köpfe dazu an und die Intentionen und für wen sie arbeiten und bei wem sie drin sind. Und dann schauen wir, ob die Rechtschaffen sind oder nicht. So, nächstes Ding an Energien. Hellseher und Erfauer habe ich mir hier aufgeschrieben. Da gibt es so ein bisschen Unruhe in der alternativen Szene, passend zu dieser Phönix-Hypothese, zu dem Christian Kohler, den ich letztens interviewt habe. Die erwarten zu Jahresende ein Großereignis. Ja, gibt es jetzt also alternativ so ein bisschen Unruhe, Hellseher, Pari-Modfair haben sich zu Wort, amerikanische allerdings, gemeldet und erwarten bis Jahresende dann irgendetwas ganz was Schlimmes. Die Erregung ist auch spürbar, die nimmt von daher da weiter zu momentan. Ja, ich darf dir sagen, ich spüre sie nicht. Ja, gut. Kann sich aber vielleicht, ich habe ja so ein, oftmals so ein 6, 8, 10 Wochen Ding, wobei da müsste es langsam in den Fokus reinkommen. Ich spüre nicht, dass da etwas ist. Ich kann mich täuschen, natürlich, aber ja genau, also hey, ja, ich war so ein Hybris, ja, ich kann mich täuschen. Ich möchte nur darstellen, auch alternativ gibt es wieder so eine gewisse Unruhe. Unruhe und im Mainstream hast du das, wo die ersten Leute mit Masken dann wieder unterwegs sind, völlig freiwillig und auch, ich sage mal, völlig unbewusst, was für eine Ausstrahlung, was für ein Zeichen, was für eine Energie sie damit aussenden und was für ein Zeichen sie setzen. Ja, denn damit tatsächlich manifestiert man in den anderen wieder den Angsttrigger. Man triggert ebenfalls auch die Traumatisierung, die alle, ausnahmslos alle erlitten haben in diesen Jahren. Ja, sei das dann Wut, sei es Übergriffe, sei es sozialer Rückzug, sei es Ängste, sei es ein Anpassungsbedürfnis, da hat jeder unterschiedlich reagiert auf diese Krise. Die wird natürlich jetzt durch diese wenigen Menschen, die vollkommen unbewusst freiwillig wieder so ein Ding anziehen, ja, das nichts bringt, null bringt, ja. Außer, dass man eine Bakterienzucht hat, vollkommener Quatsch, wir haben in den letzten drei Jahren gesehen, dass das in Massen getan wurde. Und diese Leute triggern natürlich die Angst dann bei den anderen, ja. So, dann haben wir wieder verschiedene Zieldaten. Ich sage mal, in den Alternativ-Szenen ist es langsam hingehend, dann hatten wir auch schon vor längerer Zeit mal gesagt, der November 2024 mit den US-Wahlen. Und wir werden da auch sehen, wie spätestens im nächsten Jahr dann mit dem Frühling diese Welle dann auch mit Q-Narrativen hier herüberschwappt. Wir haben da als äußerst interessanten, sozusagen demokratischen Gegenkandidaten in Gänsefüße jetzt den Herrn Kennedy, der nicht nur wegen seinem Namen, sondern auch wegen seiner Tätigkeiten gegen die Pharma-Lobby von Seiten der Demokraten eingesetzt. Als Gegenkandidat zu Trump installiert wurde, hochinteressant, politisch-taktisch, der sich aber auch ganz klar schon für Klimaagenden, für die Agenda 2030 und so weiter aussprach. Ja, das wird heute gern mal dann in den diversen Jubelkanälen unter den Tisch geschlagen. Denke ich, soll es auch, ja. Und es ist hochinteressant, dass ein demokratischer Präsident da jetzt auch vor dem obersten Gerichtshof gewonnen hat und ganz klar gegen die Pharmafirmen vorgeht, scheint mir in die Richtung zu gehen, dass wir im nächsten Jahr dann Aufdeckungsmanöver sehen werden und weitere Aufklärung gegen die Experimente, die hier gefahren worden sind, gegen diejenigen, die da willfährig Ja und Amen gesagt haben. Wenn du zu denen gehörst, wir haben es hier vor drei Jahren schon immer gesagt, diesmal funktioniert das Raster, was Jahrzehnte funktionierte, nicht. Ja und Amen sagen, mitmachen, angepasst sein, diesmal zahlst du drauf. Wenn ein paar von euch dabei sind, die da unvacciniert geblieben sind, vielleicht auch hier den Mut gefasst haben, auf diesem Kanal zu sagen, ja, lasst es mich wissen, weil das freut mich wahnsinnig. Ja, wenn mir also jemand wahrheitsgemäß bitte sagt, Frank, du hast mir damals geholfen und du hast mir auch geholfen, dass ich quasi jungfräulich, was diese Einstiche angeht, geblieben bin, dann freut mich das sehr, ja. Denn dann hat der Kanal hier auch seinen Zweck schon erfüllt, ja. Ja, gut, also interessant, dass da, und dann haben wir diese Zeitlinie November 2024, die Wahlen, und wir sind da im Grunde, ich hätte nie gedacht, dass ich es irgendwann sage, in einer Zyklik drin von drei Jahren, damals war es die Trump-Biden-Wahl, jetzt kommen wir in die wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, Trump-Kennedy-Wahl herein, ja. Und damit kommen wir da auch für unsere Zeitqualitäten wieder in, ich behaupte jetzt mal vorausblickend, in dieselben energetischen Zyklen rein, die wir im Jahr 2020 hatten, dass man dann sagen wird, ja, wenn jetzt der Trump kommt, dann ist unsere, spätestens dann ist unsere Bundesregierung auch von über vorgestern, und dann wird da aufgeräumt. Ich denke, all diese Narrative und Gesprächsthemen werden wir dann binnen des nächsten Jahres, das sind ja noch 13, 14 Monate, alle wieder sehen, ne. Wird dann wahrscheinlich auch wieder 5.11. sein. Die Mainstreamer, also jetzt hier unsere, unsere Politkaste, hat neben diesem Thema, aber auch schon ganz seicht vorbereitend, schon ein Jahr drauf, 2025, die Bundestagswahl. Denn auch da sind wir dahinter, hinter dem Berg dann, die 4, 5 Jahreszyklen. Wir haben dann das Jahr einer Wahlperiode. Wir haben das Jahr 2025, ja, noch weithin, wo Bundestagswahl ist, aber nur noch 2 Jahre. Und nach Machiavelli machst du es immer so, in den ersten 2 Jahren, maximal 2,5 Jahren, haust du mit der Rute und mit den Nägeln drin, mit der 9-Schwänzigen drauf. Und in der 2. Hälfte, letzten Drittel, kommen die Bonbons, kommen, weil die Masse ist ja blöd, so Machiavelli, ja. Und ich möchte ihm gar nicht widersprechen. Die erste 2 Drittel, die 9-Schwänzige, laut der unpopulären Maßnahmen. Und im letzten Drittel hebst du ein Teil, ein Teil, ja, 2 Schritt vor, 1 Schritt zurück. Oder 3 Schritt vor, 1 Schritt zurück. Ein Teil davon wieder auf, machst Geschenke, steuerlich, sonst irgendwie. Und ich schätze, wir kommen da, das ist auch die frohe Kunde, auch wenn die, ich nenne es mal, die Dunklen weiter dranbleiben. Da kommen wir in eine Phase rein, wo es den ein und anderen Schmeckerli für den Mainstream geben wird, der dann in die Richtung geht, naja, es geht ja auch schon wieder gut. Sie sehen es ja, ein Teil wird rückgängig gemacht. Die Agenda läuft Eisenbahn gerade. Ich könnte mir vorstellen, es sind dann Themen, hatten wir auch schon mal gesagt, die man schnell rückgängig machen kann, ohne dass man tief strukturell eingreifen muss. Also, dass unsere Wirtschaft den Arsch runter geht, das kriegst du so schnell nicht an. Aber zum Beispiel Gendersprache oder tausend Geschlechter oder so anderen Unfug, ja, den kannst du mit der richtigen Partei. Und ha, 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 ich hätte da auch schon Ideen, wer das sein könnte. Und wir haben auch öfter schon gesagt, da gibt es eine Farbe, die ist nicht in der Ampelkoalition und die könnte vorgesehen sein von einer langen steuernden Hand dahinter als Aufräumpartei. So etwas kann man dann einsetzen als erste Erfolge, sofort, ja. Ja, die räumen jetzt aber auf. Ja. Man bräuchte nur mit Russland wieder zwei Schritte reinzugehen, um tatsächlich, jetzt sind wir schon bei strukturellen Sachen, hier wieder den Energiehahn aufzudrehen. Alles keine Unmöglichkeiten, alles hausgebackene eigene Scheiße, die hier gemacht wurde, ja. Vollkommen verblödet. Nun denn, sich selbst den Energiehahn abdrehen und es dann Sanktionen gegen einen dritten, denen haben wir es jetzt aber gezeigt. Also bitte mach mal eins, hau dir mal richtig in die Fresse rein, ja, liebe Kinder, das hat der Onkel nicht ernst gemeint, ja. Und dann sagst du, jetzt haben wir es denen aber gezeigt, das ist in etwa dasselbe, ja. Ja, haust dir mal auf die Back und sagst dann so, dir habe ich es jetzt aber gegeben. Okay, gut. Wollte ich eigentlich auch noch mehr zu sagen. Ach, wir waren bei den Daten, genau, da ist die Buta war dann auch noch, ja, 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 ja. Und das bringe ich alles jetzt so rein bei die Energien, weil das spielt, das wird von den Spielern, ja, von den Schachfiguren, wird es jetzt als Energie schon langsam mit reingenommen, war ich heute moin beim Bäcker, ja, sehe ich die Bild am Sonntag, steht da drin, was? Migrationskrise, das wurde wirklich mit dem Wort benannt, aha, so kann es nicht weitergehen oder so etwas. Bild am Sonntag. Lassen wir öfter mal so einen raus, morgen, übermorgen ist dann unter Umständen wieder das Gegenteil, ne, holt noch mehr von den Fachkräften, sie sind wertvoll, in unserer Eisdiele ist auch schon keiner mehr, ja. Jetzt haben wir Millionen Fachkräfte importiert und immer noch sind die stellenfrei. Ich sehe überall Kollegen gesucht und so, ne, Eismann, sonst wer, alle suchen Leute. Ja, eigentlich, wir haben doch Millionen Leute, dann stellt die doch auch mal ein. Ihr müsst die nur integrieren, das ist unsere Schuld wieder mal, denke ich mir, ja. Ah, ich muss hier oben dann noch Satire-Dauersendungen drüber machen, fällt mir ein, darf ich nicht vergessen. Okay, und die Bild-Zeitung schreibt es sogar auch schon, ja, Migrationskrise, sie benennen es als Krise und sie sagen dann klar, so geht es nicht weiter. Oh, fühlt man sich doch verstanden und das meine ich mit den Energien, wie da gedreht wird, ja, da merkst du es. Vielen Dank.